Also, hast du da drinnen einen Titel, hast du da drinnen eine Agenda im Termin und dann gibt es natürlich für den Termin selber auch noch Pläne. Das heißt zum Beispiel, ein Termin dauert so lang, wie der Termin dauert. Weil die meisten haben ja manchmal, wir nennen es immer einen Hardcut, also quasi du hast hinten nachher einen nächsten Termin, was auch nicht super ideal ist, aber manchmal ist es halt so. Du kannst nicht einfach um 15 Minuten überziehen, weil dein Überziehen ist, dass du spät kommen und in den nächsten Termin. Also man kann ja nicht so tun, wie wenn, und das muss man halt nach oben hin auch entsprechend sanktionieren können und durchsetzen können, ohne dass sozusagen, nur wenn es vom wichtigen Chef kommt, dann können wir eh gleich drei Stunden überziehen, weil es ist egal, alles was er macht ist so wichtig. Ja, das ist halt disrespectful gegenüber allen anderen sozusagen und ist sicher nichts, was du so in dein Team hineintragen möchtest. Und das zweite ist sozusagen ein Tipp unter Anführungszeichen, der sich schon oft sehr positiv bemerkbar gemacht hat. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie Outlook das macht, aber Google hatte immer so diese Standardeinstellung, ein Termin dauert einfach mal eine Stunde. Also wenn du so einen neuen Termin anklickst, dann ist er einfach mal eine Stunde. Und das führt dazu, dass viele diese Standardeinstellung, so dieser ganz einfache Punkt, diese Standardeinstellung übernehmen und nicht darüber nachdenken, wie lang könnte so ein Termin eigentlich sein. Und viele dieser Tools haben die Möglichkeit, diese Standardeinstellung durchaus anzupassen und zum Beispiel nur mal eine Viertelstunde einzustellen. Und wir haben das umgestellt und ausprobiert und seitdem dauern viele Meetings, sind für eine Viertelstunde angesetzt, manche für eine halbe Stunde, manche dann nur mehr für eine Stunde und vorher waren fast alle für eine Stunde angesetzt. Und das ist zwar dann eh nett, wenn du ein bisschen zeitiger fertig wirst, aber wie wir wissen, meistens dauert etwas so lange, wie du dir dafür Zeit sozusagen genommen hast. Wir kennen das alle bei Projekttasks, wir kennen das, wenn wir für irgendwas lernen wollen etc. Man braucht oft so lange, wie man sich Zeit nimmt dafür. Das heißt, wichtigster Tipp sozusagen, mach diese Zeit, diese Standardzeit so kurz wie möglich und dann muss man bewusst eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich glaube, das braucht eine halbe Stunde. Ich denke, das braucht eine Stunde und kann daraus dann mehr Bewusstsein hineinlegen in die Wahl der Länge dieser Besprechung. Ich denke, das braucht eine Stunde und kann daraus dann mehr Bewusstsein.